hier leute und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren aufnahme angespielt heute mit interstellar marines und futur markus ist ein kleiner nebenbei quatsch ja ja genau er gibt wieder unqualifizierte kommentare ab und hat sein handy auf laut ich hätte es umgeschalten ja warum regnet es hier das ist eklig aber es ist cool mit dem wir den sumpf rum als das hier ist ein futuristischer realistischer shooter ihr habt jetzt einfach mal ein paar minuten euch hier anzuschauen dann könnt ihr mal ein kurzes feedback von uns haben das ganze hier befindet sich noch in einem early access darum würde ich euch bitten einfach mal nicht ganz so kritisch zu dem spiel zu sein doch wenn man schon was raushaut dann muss man auch ein bisschen was zeigen können die textur sind scheiße also ich war für early access es ist für mich gut die waffen sehen cool aus das scheiße das mit dem helm und so das ist auch alles geil mit dem treffern das ist eigentlich muss man auch kritisch sein alles geil gemacht also das ist sie das ist das wo kommt ich bin dort ja eben gaben die schüsse wenn du pech hast siehst du nicht bei ihr wo die schüsse herkommen das ist schon richtig geil gemacht so realistisch und wenn du viel rennst du pumpst wie ein maikäfer wenn du zu viel rennst fällst einfach ummacht und bist tot das ist mir schon mal passiert da bin ich einfach ein paar rutscher gefaltet auf einmal bin ich gestorben einfach so random und da war halt kein gegner wäre das war in der kampagne und ich habe mir so gedacht ja ich hab's gestampft und rennst um den zielpunkt drüber auf einmal sterb ich weil ich mich zu tode gerannt habe weil das ganze dinge hat auch noch eine kampagne und einen korps modus allerdings auch dort funktionieren die koop server leider gerade eben nicht das ist schade weil die haben eigentlich auch coole missionen mit diesem computer dagegen die mann kämpft naja also hier im online-modus erzählt jedes leben halt weil wie ihr seht man hat einen zwei minuten respawn timer also man kann nicht einfach durch waschen einfach sinnlos um sterben oder zwei minuten er hat ja zwei minuten das ist lang nachdenken wenn wir haben dann ja wenn er mir das auch ein schnelles spiel das hier ist ein langsames spiel du hast du benutzt deine dein leben mehr aus du musst mir das anklicken nicht so wie planetz also das so einfach dich einfach rein rennen durchmarschen durchmarschen jetzt auch spunk ist nö ja ja ist möglich aber schwierig jetzt wird es richtig dunkel ja jetzt ist nacht und jetzt ist die erste hier gespawnt ich auch vor dem 75 Sekunden sogar ja ich habe es nicht hier zerschossen damit ihr mich nicht sehen könnt das gibt nämlich auch man kann lichter zerschießen die beispielsweise doch anziehen wie das hier ja das war so wenig wie kann man nehmen jetzt kann man die flashlight anmachen ja mach mal habe ich bin wirklich vielleicht wir haben dann haben wir die wirkung der flashlight auch entfunden mit eckern hier bin ich deswegen Geräusch hört sich grad geil an das ist dunkel ja auch ja auch neuer der büchel und treme also man kann auch wiederbelebt werden ich versucht es vielleicht mal irgendjemand ne aber dafür bräuchte ich erst beim partner mit dem ich zusammen durch die gegner der alte dieser blitz verrät eine dämmer dann läuft doch einer da läuft doch einer aber wie geil ich habe keinen schatten gesehen aber der ist weg eben wurde neutralisiert da ist wirklich alter der zu einfach aus der drehung wird der hat schon verpasst während ich einfach auf die geäbt hat und abgezogen gehabt dieses spiel geht einfach so schnell jetzt häng ich wieder zwei minuten im respawn driver aber dann kannst du den leuten zu gucken dass man ein bisschen ja eben ego perspektive mal zeigen gameplay zeigen mit dem wo es können bei dem wo es können ja ok gerade eben wenn ich letzte im team liegt aber auch dran weil ich am ende der runde erst reingegangen wird ansonsten bin ich immer erster im team oooo alter herbst du jetzt verraten das warst du ich hab grad gesehen wie futter getötet wurde wird das ein phytoplay spiel oder nein ich bin doch schon lang tot nein das ist kein phytoplay spiel dafür ist es zu aufwendig programmiert was ist das jetzt ne drohne ne jetzt wird es wieder Tage ja jetzt ist das auch irgendwie aufwendig das sind die Tage oder fytoplay das hier ist alles nur die simulation futter wir sind quasi in einem trainingsprogramm für intergalaktische einheiten achso und wir beschießen uns auch nicht mit kugeln sondern mit tasern das sind taser ha ich habe einen weggeholt und jetzt natürlich mal den helm runter weil wie ich sehe so höre ich nämlich noch was und wenn der helm wenn ich schaden bekommen hört man durch den helm nämlich nichts mehr und jetzt wenn das system wieder enabled ist was er gerade gesagt hat dann höre ich durch den helm wieder was und sehe auch wieder was und ich habe tatsächlich einen kill gemacht das ist nur zum training also das ist ja vielleicht nur das trainingsgelände später mal ne ne das ist alles hauptsächlich so also auch die kampagnen sind alles nur mit trainingsdingern alter schon wieder tue ich was ich mal wo der her kam ja nicht übers feld laufen du musst dir wirklich jeden schritt einzeln dir überlegen das ist das fiese bei dem spiel das ist wirklich sehr langsames spiel weil du über jeden schritt nachdenken musst ja ich habe kill gemacht möchte ich festhalten du hast 45 punkte ich habe null punkte ja das möchte ich auch festhalten ja kein Problem ich kenne das spiel noch nicht ich habe ein unendlichfaches mehr an punkten wie Futur die futur uh 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 jetzt kommt dann ein fuchs raus hier tötes auch gute matte ja ich doch auch ich nicht ja ich kann ich habe ich hasse mutter was kommt jetzt? ich hätte es auch nicht können jetzt wird es wahrscheinlich wieder nacht ja oder? ne jetzt wird es lebendig und windig ne oder? doch ah na wie geil ist das? ah jetzt ist die runde vorbei die runde geht unentschieden ah doch unentschieden no winner found ja eben ja eben ja eben das können wir ja so nicht auf uns hitze lassen no winner found ja eben du musst doch den lappen fertig machen der wand mit null punkten also bei uns ging die runde ja eindeutig an mich ne? 45 zu 0 team intern ja such ich mich eigentlich mit C also ich habe es umgelegt auf Steuerung ich mache ja bei allen Spielen meine Tastenbelegung immer anders ja ja ich hätte sie auch ändern sollen weil ich die Standardeinstellung irgendwie nie mag bei meinem Team auch ein bisschen stimmt du änderst sie immer ja ich ändere die immer ja gut wer macht ich bin so eigentlich ich bin schon wieder tot alter Futur down ja ich seh dich du bist der erste tot immer wieder ich hab doch aufgefallen ja Futur wer macht was in ducken ja ducken macht man ja auch nicht auf C da brechst dir die Finger ja man ist so ja okay ich tue das auf SDRG ja ich auch control steuerung dein Team ist gewinnen mein Team ist gewinnen mein Team ist gewinnen oh meins verliert grad au 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 ich hab doch die Schüsse gehört von wo kann die her ich muss weg ich muss weg und wie kann ich die Ding ändern die Waffen Profile Killing players open share ah bin ich wieder drin eins und zwei auf zwei hast du die Waffe mit Zuge auf eins hast du nicht Standard-Nahrkampfwaffe ah was anders schaffst du nicht du gesagt ich kann einen Schalldämpfer drauf machen und so ja mit Q kannst du Schalldämpfer drauf schrauben mit F kannst du Licht anmachen und mit irgendwas anderem war der Laser den hab ich aber umgelegt ich weiß nicht mehr was das normale war Laser auf der Maustaste an der Seite hier natürlich jetzt ist wieder stockdunkler Arsch die scheiß Lichter aus unglaublich wer lässt die Lichter immer an dann sieht man uns ja ich glaub dein Team ist am verlieren aber ich hab einen getötet also die Runde habe ich noch null Punkte aber ich bin auch noch nicht geschreckt du schau aber ich finde auch keinen das ist das Wiese so ich schätze mal verlichtsignale ich bin der Letzte ja du bist der Letzte ja du bist der Letzte okay lass die überredet naja gleich wir sind das komplette verleidliche Team wir sind alle bis auf einer heißt Blitz immer bist du immer noch alleine ja bin ich noch du weißt dass du gleich verloren hast wenn wir beide Punkte haben du musst jetzt den letzten Punkt halten sonst hast du verloren scheiße nicht gesehen wo der hinten ist ja sorry aber du verlierst grad den letzten Punkt 4 3 2 1 ich hab doch ja Mutter hat uns den Sieg geschenkt nein ich wollte decaptured grad ich will revanche das ist eine Momente und alle drei drei eine geht wir haben erst eins nach ja ausnahmsweise hier so jetzt ist hier aber immer noch nach aber jetzt erzählt nein so dunkel bleiben ist viel cooler helfe dich eigentlich auch ganz praktisch dann seh ich dich nämlich du kannst dich töten bevor ich den Punkt capture sonst hab ich schon 10 Punkte und der erste von uns ist schon tot ja den hab ich voll gesehen ich dachte schon du hast ihn erschossen aber das hätte mich oh oh bist du tot? nein ich bleibe immer so dass ich es wirklich schnell wieder in Deckung kommt sobald mich einer anschießt ich bin immer wieder in Deckung bevor ich ganz nein da da hinten seid ihr alle es würde mich wieder belieben am besten ey der ist auch tot ah von wo kommen die Schüsse da eben das ist es ist es wurde schon wieder angeschossen wahrscheinlich sind es die ganze Zeit die Verbündeten die mich trollen es geht nämlich auch du leckst du leckst du leckst du doch alle oh ich habe hier was geiles gibt entdeckt m 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 jetzt wird sehr dunkel hoffentlich ja sieht so aus es ist gut oder neblich dunkel wäre mir lieber den blick dunkel und nebel nein mutterraune ich hab dich bald sehen da ist eine leiche wer hat mich hin schon wieder der da der ich kann die damen kann ja auch verpflichtet schießen okay ich bin die deckung hinter einem baum und sträuchern das sieht aber ich nicht mehr wir beliebt hast du doch nicht ich wollte gerade sagen es gibt nur noch einer bei euch und wieder kann ich schießen ich habe ihn kurz zugeben du hast bessere ihm gehabt er und ich hatte die besseren skills die hatte schon wieder 40 punkte und ich bin null weil gestorben und wie oft du das tab der steht nirgends weil das wäre der stadt der für dich habe ist nur die liste oder leute würde ich sagen was ist dann eigentlich auch schon mit der heutigen folge angespielt mein fazit zu dem ding hier ist für das dass es early access ist macht das ziemlich viel spaß ich würde mal abwarten wie das spiel ist wenn es dann fertig entwickelt ist und vielleicht würde ich mir dann sogar holt kommt ja ich finde auch nicht schlecht es kommt noch an was es kostet um was ist alles zu bieten hat was kampagnenmäßig noch kommt und also die kampagne habe ich auch schon mal so für eine halbe stunde ungefähr angespielt gehabt auf realistik modus ja ich bin doch der heimlich krank wird und darum habe ich dann mal angetestet und bin dann zu dem entschluss gekommen dass die kampagne geil ist aber ich finde dass der koop modus nicht unbedingt auf die koop missionen gespielt werden muss sondern auch auf der kampagne gespielt werden könnte also ich fände es cool wenn man die Kampagne im koop spielen könnte und da habe ich schon wieder einen weggeholt die position die ich hier habe ist geil ich liebe diese Zoomwaffe einfach jetzt wird es nacht oder nein jetzt wo ich meine zwei Position dann wird es nacht ach komm ich finde es nicht gut ich schon irgendeiner von euch ist direkt unter mir richtig ich werde abgeballert die geräusche sind auch richtig gut gemacht also es ist ein oh fuck ein richtig cooles spiel eigentlich ich habe nicht gesehen wo die schüsse her kamen das ist eigentlich ein richtig cooles spiel ist und ich denke es wird was nur wenn die sollen die textur ein bisschen in diesen bisschen kann ja das spiel kommt das in ein zwei jahren raus also bis dahin wird die textur schon noch überarbeitet werden das hoffe ich dann wird es ein richtig cooles spiel also so was ich jetzt gelesen habe haben die damals 2013 angefangen das spiel hier auf ich glaube der unreal engine zu programmieren und jetzt hat 2015 haben es ist oder Ende 2014 anfang 2015 irgendwie haben sie dann angefangen das ganze noch mal auf unity um zu programmieren auch gut wenn man langeweile hat und also das ist leider quasi komplett neues spiel wenn du die engine wechselst da kannst du dann nicht mehr von dem selben spiel sprechen und deswegen finde ich dafür dass das spiel jetzt erst einige monate alt ist ist es schon ziemlich gut das stimmt dann sage ich nichts dazu das stimmt schon und ich muss gerade sagen dieser miche was dem ich kann zuschauer der hat gerade double oder triple kill gemacht ist doch gut der hat gerade quasi alles von deinem team weggerämmt was er noch da war ich würde sagen die eine ründliche spiel wird es noch er ist immer eh schon mittendrin ja eben diese gleich aus bei mir gewinnen ja jetzt gewinnst du dann auch mal so best of three auch wenn du die jetzt gewinnt nahe wie beim fußball das letzte tor gewinnt also das ist aber bei fußball auch nicht so ja beim bolzplatz ja das ist jetzt tag damit ich werde ich jetzt dann respawn wie das bleibt gegen kann und nicht mehr cool das finde ich jetzt gar nicht gar nicht gut ich bin das ziemlich ziemlich gut ich habe noch 14 sekunden der mich aber ich bin gar nicht gar nicht gut dass wir klar ich gerade alle punkte verliert aber ihr verliert zum glück auch einen und ihr verliert jetzt noch einen naja müssen wir ungefähr gleich viele noch leben lebst du auch wieder ja und einer aus deinem team lebt jetzt weniger der nils der hat sich verabschiedet von seinem leben also er wurde getestet wir töten hier keine leute eben es ist ein humanes spiel kein brutale ja und in dem anderen kampagnen den kennt spielt wir gegen programmierbare kampfroboter die man auch nur testet man kann sie doch nicht einmal erschlagen man muss die tasern noch gewinnen wir die sonne geht jetzt schon länger ja ich hab schon wieder abgeballert von irgendwo aber ich weiß nicht von wo okay ich glaube hier habe ich gute deckung das ist ja das ist doch ein gegner nein ist ein verbündeter ja ich habe nichts mehr gesehen du hast nee du wurdest neutralisiert ja ich habe verbündeten weggeballert jetzt wiederholt ihr euch wieder alle punkte das ist aber auch kacke ja aber jetzt sind wieder viele von uns gestorben jetzt holt ihr euch gleich wieder punkte aber das ist brutal bei dem spiel spiel hast du echt ganz nah an den gegner vorbei und du merkst das nicht vor allem wenn es nacht ist mir ist es mal bei nacht passiert ich stand mit einem wir haben uns quasi rückgang rücken standen wir dachten beide wir haben eine wand hinter uns und wir standen da so bis das licht wieder an ging und uns aufstehen wir stehen in der mitte von dem raum und wir sind die ganze zeit beide rückwärts gegeneinander gelaufen wir haben es halt nicht gemerkt weil der raum war wirklich schwarz weil wenn du das hier ist nämlich jetzt ein außenterreur es gibt aber auch terres die sind im fabrikhalle oder so und jetzt stell dir mal vor in der fabrikhalle wenn du die lichter ausmachst dann ist da kein licht mehr das stimmt ja da ist dann wirklich schwarz bis auf so ein paar einzelne lichtstreife die wo irgendwo an kisten dran sind das siehst du sonst nichts mehr außer denen aber ich verstehe nicht warum sie nicht einfach die annual engine beibehaltet haben es gibt doch die vier die ist ja richtig geil die vier annual engine und die ist ja relativ günstig ich weiß es nicht also ich habe ja ich habe es gesehen wie er nicht genügt hat und der wiederbelebt jetzt auch den anderen da habe ich eine weile lange durchgehalten ist ja wie viele punkte hast du du bist die beste da ist dass du was erreicht er sagt ihr habt richtig gut gepunktet ja die runde bin ich jetzt nicht so punkte besser aber ich habe schon zwei kills gemacht aber mein team reißt schon doch ich bin ja nur die ablenkung jawohl weg ist die sau ich muss wieder auf meines live position beide zwei sind weg aber warum blitzt jetzt ja bei uns leben mehr außer zwei leben wir euch noch warum blitzt es jetzt ich hasse es wenn es blitzt das war hätte bei der position weil du dann mega schatten wirfst also töd ihn jawohl ja so wieder das level ab Rang 17 wer ich ja Rang 17 ich bin die runde schon drei Level aufgestiegen aber ist es jetzt schon wieder Nacht ja und ich darf nicht spielen das ist scheiße und ich bin tot keine Ahnung von wo die Schütze kamen nachts finde ich einfach am geil ich stand im Dunkeln da hab mich nicht bewegt und auf einmal kommen drei Schüsse die mich sofort weg hauen als ob er wusste wo ich stehe na töte ihn doch du Idiot ah ich wurde nicht wiederbelebt ich dachte schon hab ich auch eben gedacht hat ja der eine läuft direkt vor ihm vorbei aber dann tötet er ihn nicht ja jetzt komm ich wieder jetzt kommst du wieder ne ich hab noch 90 Sekunden nein ich komm jetzt wieder jetzt bin ich wieder drin oh Markus spielt jetzt Planet 2 ohja sag ich irgendwas machen wir haben vorhin den Alarm geworden echt? ja echt ich weiß 12.000 Erfahrungspunkte oder so habe ich bekommen innerhalb von 10 Minuten naja ich auch einmal war vor einem Monat hab ich auch einmal hab ich so eingemeldet hab ich so eingemeldet ich hab mich eingemeldet 16 Minuten vor Alarmende hab darüber gewechselt war so drei Minuten vor Alarmende hier drüben ne und hab dann 12.000 XP abgesandt so macht man das äh das steht so so muss man das wirklich machen und dann war ich noch ungefähr 15 Minuten auf ESA mir und dann bin ich wieder offline gegangen wegen Aufnahme das heißt ich hab halt irgendwie so da 20 Minuten eine Session irgendwie so 12.000 XP gemacht wie viel Leben ist noch zwei Stück ja Zwischendruck man kann das wirklich immer machen so jetzt müssen wir eine Stunde noch eine Stunde Ding noch und dann geht man 5 Minuten vor Ende noch da rein bei Playzeit und oh fuck oh fuck jawoll sie ich hab grad gedacht aber beide von meinen Leuten waren grad dabei einen Punkt zu capturen ok das war dann eine schöne Runde Leute ich würd sagen an der Stelle gehts leider trotzdem an mich mit einem 2 zu 1 und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge hier angespielt hier nochmal Interstellar Marines war das Spiel Singleplayer, Coop, Multiplayer und dann noch so einige andere Sondermoodys die ich noch nicht mal alle ausprobiert hab aber da gibt's noch einiges und das soll ja was heißen ja damit Leute würde ich sagen war's das dann an der Stelle auch schon äh ich muss sagen auch die Kampagne ist eigentlich echt schön gemacht ich finde wenn man sie auf einfach, mittel oder schwierig spielt ist es fast geschenkt weil diese Roboter sind ein bisschen dämlich und wenn du dann 10 Schüsse von denen aushältst bevor du drauf gehst und du regenerierst dich automatisch immer wieder ist es geschenkt sondern wenn da muss was auf realistisch spielen das heißt sie drücken einmal gezielt ab und du bist tot das ist so wie hier jetzt da du bekommst einmal 2 gute Brusttreffer oder einen Headshot und du bist weg so ist es dann bei den Robotern auch die brauchen halt eine Sekunde länger um abzudrücken ungefähr wie du aber die treffen dann halt wenn die abdrücken und das ist dann dein Ende an der Stelle würde ich sagen was eigentlich ein cooles Spiel mir hat Spaß gemacht das zu spielen mir auch und damit Leute würde ich sagen Servus und Ciao 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 Ciao